Am 21. Dezember ist der kürzeste Tag des Jahres, gefolgt von der längsten Nacht des Jahres. Dieser ganz besondere Zeitpunkt wird als Wintersonnenwende bezeichnet. Nach den Bräuchen früherer Zeiten war das Julfest ein Lichterfest. Dieses Wintersonnenwendefest war das wichtigste Fest im Jahr. Da es als Geburtsfest der Sonne galt, die durch ein brennendes Rad symbolisiert wurde. Mit der Rückkehr der Sonne kehrt nach dunklen Tagen und langen Nächten auch das Licht zurück, somit die Zeit des Neubeginns, der auf die Tage zwischen den Jahren fällt. Wie ich erwähnte, war das Julfest ein Lichterfest, von dem ich vor ca. zwei Jahren zum ersten Mal beim Anhören eines Interviews zwischen Christa Jasinski, Martin Lackau und weiteren Teilnehmern erfuhr. Christa berichtete von einem Ritual, das während einer solchen Feierlichkeit, an der sie teilnahm, zelebriert wurde und dass damit das Licht in die Welt zurückgebracht werden soll. Dabei haben sich alle Gäste in einem zunächst dunklen Raum eingefunden, dann zündet einer der Teilnehmer eine Kerze an, danach zündet dann der neben ihm stehende an dessen Kerze seine Kerze an und so fährt man fort, bis alle Kerzen entzündet sind. Dabei erhält sich der Raum, bis er im Lichterglanz erstrahlt. Das gefiel mir so gut, zumal unsere Welt sicherlich jede Menge Licht vertragen kann. Seither zelebriere ich ebenfalls das Lichterfest am 21. Dezember. Christa hat außerdem einen Liedtext für dieses Lichterfest geschrieben und mit der Melodie des Liedes von Halleluja von Leonard Cohen vorgetragen. So, der Liedtext für das Lied zum Lichterfest anlässlich des 21. Dezembers. Sie hat es vorgetragen nach der Melodie von Halleluja von Leonard Cohen, aber da ich nicht singen kann, will ich euch das lieber ersparen. Also hier folgt der Text. Der Tag ist kurz, die Nacht ist lang, es fehlt der fröhlich Vogelsang, der Wald ist kalt und Stille bis zum Frühjahr. Die Sonne ist fern, der Schnee fällt sacht, die Engelsscharen geben Acht und in uns ist ein Leuchten, das ist gut, ja. Die Lebensgeister ruhen sich aus, doch wir sind wach und fordern raus. Die Engelsscharen, Sänge, lasst uns singen, lasst uns singen, lasst uns singen, lasst uns singen. Das Lichterfest, das Feiern wir, die Kerze ist Symbol dafür. Wir ehren Erde, Wasser, Luft und Feuer. Den Pflanzen, den Pflanzen, den Pflanzen, Devas danken wir, auch Wichteln, Feen und Kleingetier. Die Winterruhe ist ihnen recht und teuer, doch innen drin, wir sehen es nicht. Der Keim wird wach fürs neue Licht und folgt des Schöpfers rufen, lasst uns singen, lasst uns singen, lasst uns singen, lasst uns singen. Lasst uns doch gemeinsam ein Licht in die Welt bringen und so neue Hoffnung in dunkler Zeit geben. Wir denken, Ritchi und ich denken, dass es sehr wichtig ist, dass wieder Licht in unsere Welt gebracht wird. Und mit diesen Zeilen wünschen wir euch ein wunderschönes Juhlfest und ein wunderschönes Weihnachtsfest. Lasst es euch gut gehen. Alles Liebe, Ritchi und Gaby Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir bitte einen Daumen nach oben und abonniere gleich unseren Kanal. Am besten klickst du zusätzlich auch noch auf die Glocke, denn dann wirst du umgehend informiert, wenn ein neues Video hochgeladen ist. Am besten klickst du zusätzlich auch noch auf die Glocke. Am besten klickst du zusätzlich auch noch auf die Glocke. Am besten klickst du zusätzlich auch noch auf die Glocke.